Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 wieder von mir, ich bin Exus und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, der dieses Wochenende auf Nessus unterwegs ist, hier beim Wächtergrab, wo er immer anzutreffen ist, wenn er auf Nessus, ja übers Wochenende, aufschlägt, sag ich mal. Wir schauen uns an, wo er exakt steht, was er dabei hat und ich gebe da meine Expertise ab, wie man das ja von den Wochenend-Xur-Videos, nenne ich sie jetzt mal, gewohnt ist. Hier könnt ihr auf den Baum hochspringen und oben steht dann der gute Händler, wie immer hat er ein exotisches Enggramm dabei, das machen wir dann ganz am Ende auf, dann hat er die Handfeuerwaffe Scharlach dabei, ist eine witzige Handfeuerwaffe, kein Must-Have würde ich sagen, sie ist eine Salvenwaffe, das heißt 3 Schuss Salve feuert sie ab, spielt sich ein bisschen wie ein Impulsgewehr, aber eben als Handfeuerwaffe und das Schöne ist, sie hat Gesundheitsregeneration in den Feinde tötet. Wie bereits erwähnt, es ist keine Must-Have-Waffe, aber sie macht auf alle Fälle Spaß und gerade langfristig etwas mehr Lebenspunkte zu haben oder besser zu überleben, da ist sie im PvE in den einen oder anderen Situationen ganz gut. Im PvP treffe ich sie eher weniger an, ich würde also auch eher sagen, sie ist nicht unbedingt die PvP-Waffe, vielleicht auf der Konsole, aber auf dem PC zumindest nicht. Aber für PvE macht sie durchaus Freude, eben ist aber keine Must-Have. Dann haben wir für die Jäger mit einem 63er Wert, ist etwas tief, beziehungsweise es geht, aber es geht auch höher, haben wir hier zwillingsnahe Ausweichen, nimmt nahen Feinden die Orientierung und entfährt zeitweise ihren Radar. Die ist für PvE, ja ganz witzig, weil man die Feinde eben mit der Ausweichrolle da ein bisschen zum Struggle bringen kann, sage ich mal. Für PvP ist sie eine Zeit lang extrem stark gewesen, man konnte nämlich auch hinter der Wand die Rolle machen und der Gegner auf der anderen Seite, und die Distanz war recht groß, hatte dann keinen Radar mehr, hatte Orientierungsverlust und man konnte den Feind etwas besser überraschen. Man weiß ja, wie das ist im PvP mit dem Radar, der ist schon recht wichtig, wenn man ihn hat, dann ist man häufig darauf angewiesen. Und die Rüstung, Entschuldigung, war da sehr effizient im PvP aktuell, wird sie weniger gespielt, aber man kann da sicher das eine oder andere machen. So, ich mache hier noch ganz kurz das öffentliche Event raus, also soundtechnisch, dass ihr nur mich hört. Ja eben, das ist zwillingsnach, würde ich sagen, es ist auch kein Must-Have für PvP ganz funny zum Spiel, man kann es mal ausprobieren, mal wieder ein Feind hier und da mal überraschen, das definitiv. Dann ewiger Krieger, würde ich mir überlegen zu holen, wir haben hier, jetzt muss ich kurz gucken, einen 960er Gesamtwert, ist extrem viel, also ist fast 70, würde ich sogar, ich glaube den hole ich sogar noch für meine Zeiten, weil das wirklich ein hoher Wert ist und in der nächsten Season kriegt ihr ja Arcus 3.0, da lohnt sich natürlich die Chaos-Faust. Denn bei der Aktivierung von Chaos-Faust erhältst du einen Überschild. Jetzt wird ja Arcus 3.0 überarbeitet mit der nächsten Season, die nächsten Dienstag kommt, das bedeutet auch, dass wir hier natürlich eine Exo haben, die für einen Titan wahnsinnig interessant aussehen könnte. Mit einem 960er würde ich sie definitiv holen, dass man für die nächste Season vorbereitet ist. Ewiger Krieger, meine Empfehlung für die Titans, das würde ich holen. Dann Krone der Stürme mit einem 58er Wert, extrem tief, wahnsinnig schade. Da hatten wir vor ein paar Wochen noch einen mit extrem schön hohen Werten, sei es drum. Arcus-Fähigkeiten-Kills erhöhen die Nachladerate deiner Arcus-Fähigkeiten und verlängern die Dauer von Storm-Trends. Das heißt, auch hier, wir haben in der nächsten Season Arcus 3.0 und wenn die Aufladerate von Arcus-Fähigkeiten erhöht ist, könnte das Ding Gold wert sein. Selbst mit einem 58er Wert, der sehr tief ist, wenn ihr diese Exo noch nicht habt, ich würde sie definitiv holen, weil auch das Ding könnte Gold wert sein mit Arcus 3.0. Ja, da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Gut, bevor wir gleich zu den legendären Waffen kommen, wisst Bescheid, es gibt mal wieder eine kurze Werbeeinblendung hier von meinem Werbepartner Holy. Schaut da sehr gerne vorbei, ist ein Energydrink zum selber mixen. Ich sage es mal so, ein Booster mit Koffein drin schmeckt sehr gut. Ist ein fruchtiger Geschmack, also die haben das richtig gut hingekriegt. Und wenn ihr da Bock habt, könnt ihr mit den Rabattcodes noch gemütlich eben ein bisschen was sparen. Es gibt auch Probierpacks, die ihr für relativ wenig Geld gerade mit den Rabattcodes, Entschuldigung, holen könnt, könnt es ausprobieren mit den Probierpacks. Und wenn es was ist, dann könnt ihr ja zuschlagen. Gut, das war es auch schon. Nur eine ganz kurze Info dazu in der Beschreibung, ist mehr. So, legendäre Waffen. Schauen wir, wie jedes Wochenende, nur ganz kurz drüber. Wenn mir gerade was ins Auge sticht, dann sage ich, hey, die ist wahnsinnig gut. Wenn euch in der Community was ins Auge sticht, wo ihr sagt, oh, die würde ich holen, schreibt es gerne in die Kommentare, um die anderen zu unterstützen, um zu sagen, hey, die würde ich allgemein holen. Das könnten die anderen Hüter hier ja auch machen. Lohnt sich. Ich persönlich finde hier aber gerade keine. Aber da muss man natürlich sagen, PC und Konsole unterscheiden sich ja von daher. Könnte interessant sein, da brauche ich ein bisschen Rückmeldung, ist ja Automatik gewählt. Weiß nicht, wie es schadenstechnisch aussieht. Und die Postole noch zu oder letzt. Und dann schauen wir uns selbstverständlich hier noch Falkenmond an, was wir hier Schönes drauf haben. Und die Scouch. So, machen am Ende hier noch das Exo-Engram auf. Und dann war es das auch schon von dem Xur für dieses Wochenende. Den habe ich erst kürzlich mal gedroppt gekriegt. 62er Wert. Da habe ich einen höheren im Tresor. Gut. Bis dann.